Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wo ist denn da raus? Lass ihn doch, lass ihn doch Lass ihn doch Bitte, Lama Man hat ja auch nicht eingekriegt, ne? Nein, ey Muss er schon bereit stehen hier? Ja, ich weiß ja, ich bin da immer nur nervös Ja Ja Ja, der Pannermann ist ja nicht so leer Aber das war wieder der Das war wieder der Blau Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die professionelle Hundeverhaltensberatung ist einfach besser informiert. Nun ist es also soweit, in 279 Tiroler Gemeinden werden die Gemeinde Räte und auch den Bürgermeister neu gewählt. Die Landeshauptstadt Innsbruck wählte erst im Jahr 2018 und im Gemeisema sofern gibt es keinen einzigen Wahlvorschlag, deshalb müssen dort die gewählten Volksvertreter weiterarbeiten. Stimmgerechtigt sind insgesamt rund 94.000 Tirolerinnen und Tiroler, während in den kleinen Gemeinden kaum Kandidaten zufrieden sind, gibt es im Kloß an Gemeinden einen sprichwörtlichen Klo. Stimmgerecht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020